Hallo und es kommt zu meinem Wartenvogel. Coffee for Friends. Schön, dass ihr sie angeschaltet habt. Oh. So. Könnte eine längere Runde sein. Vielleicht ist es bei euch auch noch. Okay. Könnte jetzt besser gehen. So. Aber schöne Musik. Ja, jetzt... Hier, jetzt legt es aber nicht mehr so hoch, glaube ich. Ja, ging. Ja, Kodierung. Habe ja schon verringert. Meiniges. Wie viel muss ich die dann noch verringern hier? Ich versuche es mal hier so zu machen. Ob es vielleicht jetzt besser geht. Ich glaube, es geht schon ein bisschen besser. Ja, ich glaube, es geht noch mal. Wow, wow, nur noch wow, das ist eine Schlafmusik, das ist eine richtige Schlafmusik. Oh, das Gouchy muss ich nicht liefen. Warum muss dann bitte schön Gouchy liefen? Holy. Yes. So, yes, Boogie. Riesland. Oh. 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 So. Wow, wie geil. Ich glaube, es war jetzt gar nicht so gut, dass ich es gemacht habe, aber na, wo ging. Oh Mann. So, ein paar. Oh. Fritzi. Fritzi. Bisco. Bisco. Bisco gibt es ein bestes. Was? Ich glaube, ich habe die Logik gerade nicht. Da vorne ist einfach mal das. Wow. Oh nein. Er ist verkackt. Oh lol, schon wieder verkackt. Ich verkack es aber auch nur noch. Komm schon. Komm schon. Oh Mann. So. Und rein. Oh 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 oh. Oh lol, oh lol, oh lol, wow. Und rein. Oh oh oh. Oh oh oh. Da darf man nicht ganz volle Pulle geben. Man muss unten stehen. Ja, der soll noch ein bisschen weniger und dann wird das eigentlich locker gehen. Also hole im Wand schafft man bei diesem eben nicht. Aber man kommt ja nicht von dort hinten dort hoch eigentlich. So gut wie gar nicht. Kommt man von dort hinten hoch. Pranks. Nee, oder? Aber das ist so ein richtiges Assi. Wirklich muss ich mal sagen, so ein richtiges Assi-Team. Wenn jemand es nicht kann, Noob leave. Warum? 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 Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Warum man denn gerade beschimpfen muss. Ähm. Baf. Baf. Bum. 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 So, Leute, ich bin ernsthaft auf der Unterstür. Ach nee, ich schaffe es einfach immer wieder letzter zu werden. Ah nee, jetzt doch nicht. So, Vitanium. Und jetzt wird der beleidigt, weil er es nicht kann. Das ist richtig gemein für die. Lol. Das war jetzt auch gerade. Oh, 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 nice, nice. Nice. Ja, das war doch mal geil. Oh, noll. Und hier verkack ich es noch. Es verkack ich es ja. So. So. Das ist alles. So. 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 Der letzte. Achtung, jetzt kommt der auf Beschimpfung. Ja, nein, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ja, genau, jetzt komme ich noch dorthin. LOL! So. Oh, Macias ist noch am Toben. Am studieren, wo er jetzt hin sollte. Wow. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, nee. Bin wieder die schlechteste, fast. So. Gut. 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 vielleicht kann man ihn auch nicht klicken keine ahnung geht es jetzt geht es ja weiter von dem herr so oh oh fast läuft ja rein so da war ich jetzt nicht so licht ja bis kaum wieder aufkommen weil diese leute natürlich nicht könnte spielbänden nein oder wenn ich zum beispiel essen wäre dann können sie natürlich nicht das spiel beenden nein dann müssen sie genau wissen geht es nicht kapiert das einfach nicht warum müssen sie dann ich sag jetzt nichts ich sag jetzt nichts ja wieviel haben wir noch? wir haben noch so viele grunden wir haben noch so viele gründen wenn er das doch nicht klicken also gut jetzt werde ich auch dafür weil jetzt ist es wirklich so ich sag jetzt mal So Ja, da vorne ist das auch Null. Stimmt, ja, das war das. Oh, oh. Gut, und wann natürlich, wie du sie sagst. Ja, und das ist wieder FK. Jetzt scheint hier den Rock hinzu. Ich glaube auch immer noch vier Runden. Wieso was, wir lassen es so. Ich bin ja hiermit mal die Folge, wenn sie verloren hat, dann lass doch mal einen Daumen nach schauen. Jetzt kommt da. Aber nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.